Hallo, hier sind wir wieder bei Maximilian und Vincent. Wir wollten wieder versuchen ins Armeegelände zu gelangen, was uns nicht misslangt ist. Er hat sich gerade selbst Platten gefahren. Idiot. Weil er die Räder durchgedreht hat. So ein Vollidiot. Naja, und wenn ihr unsere Folge noch nicht gesehen habt, wir stellen täglich was rein. Wir sind bald bekannt, sag ich mal so. Und wir sehen aus wie Kinder. Ich zeige es Ihnen nochmal, wenn ihr nicht wisst. Einmal der Vincent. Hoi. Und einmal ich. So, der Vincent macht gerade ein Autosheet. Und ich muss dann noch ein Autosheet für ihn machen. Vincent ist clever und kriegt das nicht hin. Vincent übernimmt die Kamera, ich mach's. Aber ich darf. Sag ihm noch was über dich. Ja, halt ich bin 18. Er ist halt 20. Aber wir sehen halt aus, als wären wir 10, 12 so. Aber wir versuchen schon jetzt die ganze Zeit einen Chat zu klauen. Wir schaffen es nicht. Na ja, und ich gebe jetzt die Kamera wieder ein. Mach's. Yo, bin dran. Oh, erst mal Ladegerät abmachen. Oh, diesmal reist das hier mit. Und die bleiben nicht stehen. Er fährt. Ein Jeep hat ihn gerannt, aber es tritt ihn nicht so schwer. Oh, ich hab mich ein bisschen getäuscht. Nur vorne rechts. Er versucht jetzt ins Armeegelände einzubrechen. Er tut sich vorsichtig hinfluchen die ganze Zeit. Ich schaff es einfach nicht. Weil er zu blöd dafür ist. Wer gibt mir da recht? Der klickt einmal auf gefällt mir. Du nimmst das gleiche Auto nochmal, ja? Also wer mir recht gibt, klickt einmal auf gefällt mir. So. Diesmal in der Farbe Rot. Wow, Farbe Rot. Naja. Die Farbe der Liebe. Da denke ich gerade an was. Also hör auf. Naja. Ist ja normal. Ich hab zum Beispiel... Jungs. Ich hab zum Beispiel eine Freundin. Er leid das nicht. Deswegen denkt er auch manchmal pervers. Was? Zu pervers. Falls ihr das Lust habt, kommt her. Ich hole euch. Er hat so einen Knall. Falls ihr fragt, dass ich schwul bin, ich bin nicht schwul. Okay. Naja. Und wenn ihr jetzt vom Computer oder Handy euch das anguckt, schreit ans Telefon oder Handy beziehungsweise Computer. Schreit, was ist das für ein Idiot? Seht ihr doch. Ich muss die ganze Zeit für den Cheats eingeben. Diesmal mach ich's. Also wer mir recht gibt, schreibt das in die Kommentare. Tut gefällt mir klicken. Und ich werde euch auch zurückschreiben. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir bitte. Wir machen alles für euch, was ihr machen wollt. Ich muss wieder... Gib zu, dass du ein Idiot bist. Ich bin ein Idiot. Ein richtiger Idiot. Und wer das akzeptieren kann, drückt auf Gefällt mir und kommentiert. Wieder ein Graue. Yay. Naja. Er ist ein tolles Idiot. Ich zeig ihn euch nochmal ganz. Oh, ey. Das hat's gebracht. An mir ist gerade ein weißer vorbeigefahren. Na und? Da hätten wir es nicht schieben müssen. Na und? Ist egal. Du fährst jetzt ins Armeegelände, sonst raste ich ihn noch aus. Nein. Wer mir recht gibt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Na, na, na. Und bitte, nimm das Auto nicht. Das ist so ein wahnsinnig scheiß Auto. Mach jetzt bitte hin. Ich hab dich lieb. Eee. Ich hab schon eine Freundin. Hast du nicht. Bloß nicht wahr. Du kriegst. Jetzt wirklich? Ey. Alter. Mann, voll jetzt. Weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Weißt du das? Nö. Ich nehm'n Buzzard und flieg drüber. Klar, ne? Was? Ich nehm'n Buzzard und flieg drüber. Was ist nun mal ein Buzzard? Ein Raketengetriebler? Ach egal. Du bist ein Arsch. Ich bin kein Arsch. Ich hab mich extra gerade so dumm eingestellt. Weil ich weiß, ich kann ihn damit ehrkommen. Wo ist? Er ist sogar schon eingeschnappt. Oh, das ist doch ja nächstes Mal eine leichte Kombination. Mann. Musst mir jetzt noch was gucken. Baby. Baby. B. B. L. B. 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 L. B. L. T. R. B. Y. B. Fahrzeug kann da nicht geschehen werden. Ich muss es wieder für ihn machen. Aber diesmal hab ich es wenigstens richtig eingegeben. Ah, toll. Und besorgt euch bitte eine Maske. Der sieht geil aus. Das ist, wie gesagt, unsere... Nein, nicht auf die Strah... Doch. Fick dich. Und bitte kommentiert, dass, ob ich lustig bin. What the fuck? What the fuck? So ein Vollidiot. Deswegen mag ich auch das nicht. Mögen tue ich sie schon, aber... Aber nicht auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Hä? Er hat jetzt schon die Armee am Hals. Wieso das? Er sagt... Er flucht sich nur hin. What the fuck? Ich stelle euch alle ab hier! Und ich gebe dir bloß noch einen Tipp. Du hast keine Gesundheit mehr. Echt jetzt? Ne. Wie kann ich nochmal schießen? Auf A. Oh. Und auf B tust du wechseln. Ich habe B auf X. Und jetzt war er futsch. Aha. Okay, bye bye. Das war unsere Folge heute. Bitte kommentiert sie! So, jetzt mach ich die fertig. Ja.